Ich heiße euch jetzt hier willkommen bei BergerOptik in der Innenstadt, in der Altstadt von Regensburg, in unserem großen Messsaal mit vielen Geräten, die jetzt heute die Jungs genießen dürfen. Ja, brutal. Wenn du nicht richtig sehen kannst, dann nimmst du die Situation nicht richtig wahr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du nicht gut siehst, dass du dann auch gut spielst. Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde auch die Augen sind sehr wichtig im Fußball vor allem, weil man sieht alles mit den Augen, man nimmt alles wahr mit den Augen. Es ist wichtig auch gut zu sehen und bei mir ist zum Beispiel eine leichte Sehschwäche und deswegen ist es perfekt, dass ich hier war, um das auszugleichen zu können.